Also gut, mein Name ist Helmut Kramer und wir haben Gewürze und Tees, Kräuter, Heilkräuter und was uns wichtig ist, dass wir praktisch unsere Gewürze, Mischungen und so weiter selber herstellen. Das heißt also, es ist alles aus eigener Produktion. Wir legen großen Wert auf Natürlichkeit, das heißt also keine zugesetzten Geschmacksverstärker, keine zugesetzte Hefe, kein zugesetzter Zucker und rein einfach nur Geschmack durch die einzelnen Gewürze. Das ist also unser Hauptziel praktisch, diese Gesundheit praktisch letztendlich, die die Gewürze auch letztendlich irgendwo für den Körper bringen, im Vordergrund zu stellen und das praktisch dem Kunden nahe zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank.